Ich bin sehr stolz, wenn du weißt, dass auf dich gewottete Spieler, alle Coaches, auch die Journalisten, das macht mich immer sehr stolz drauf und das bedeutet, dass alles, was wir, was ich mache, was ich gemacht habe, was ich Erfolg bin, dann auch die viele professionelle Leute, die im Fußball jeden Tag auf meine Spielweise, meine Tore oder auch die, die meine Performance auf den Platz schauen und interessiert sich nicht nur auf die Statistik zum Beispiel, deswegen für mich bedeutet das viel mehr als sonst und das, was wegen das Leo Messi, das kann man an ihm fragen, klar, das kann ich wahrscheinlich am Ballon d'Or, der hat mir auf den zweiten Platz gewählt, ich bin nicht sicher, aber so im Top 3, damals jetzt ein bisschen anderes, aber ja, das das am Ende für mich wichtig ist, was steht und ich kann nicht einfach mehr sagen, weil das liegt nicht an meiner Seite, ich habe immer auf den zweiten Platz gewählt, deswegen ja.